Das Rennen läuft, die hellfarbe blau an der Spitze, Dimitri Komisevic ist in Führung gegangen. Und da geht es jetzt noch richtig zur Sache, und mit der Hälfte habe ich etwas in der zweiten Sünde, in der Hälfte, in hohen Position 3. Ja, da ist nichts zum Anführer, den Antoni Glasowski aus Tschechien, da geht es gar nicht im Ziel, da muss ich fahren da vorne weg. Und jetzt geht es in die letzte Runde. Da vor, Dimitri Komisevic. Und der Dimitri holt sich hier die 3. Geil!